Dino, was für eine Borussia erwartest du denn, wenn man da mal so drauf guckt mit einem neuen Trainer, gut, der letztes Jahr schon mit dabei war, aber viel Leadership verloren mit Hummels, mit Reus, viele Bundesliga-bekannte Gesichter dazubekommen. Man hat so für dich noch gar kein Gefühl dafür, was für eine Borussia einen da morgen erwarten wird. Hast du ein Gefühl? Ja, es ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach, wenn eine Mannschaft dann von einem neuen Trainer übernommen wird. Sie haben auch den ein oder anderen prominenten Neuzugang an Bord, haben aber auch den ein oder anderen Spieler verloren, der ihnen gut getan hat in den letzten Jahren. Wir erwarten schon eine Herangehensweise, dass sie versuchen, viel den Ball zu haben, dass sie versuchen, dominant aufzutreten. Dafür haben sie sich auch dann dementsprechend auch so verstärkt. Pascal Große-Mittelfeld ist ein sehr ballsicherer Spieler. Wir haben uns die Vorbereitungsspiele natürlich alle angeschaut vom BVB und will jetzt auch gar nicht so viel über Dortmund reden. Ich glaube, wer die Verstärkung gesehen hat, braucht kein Atomphysiker zu sein, um Saisonziel von BVB zu erkennen. Aber wir fühlen uns gut gerüstet. Wir haben am Montag einen ordentlichen Eindruck hinterlassen in Braunschweig und wollen auch dort in Dortmund mutig auftreten und natürlich auch was mit nach Hause nehmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.